Hallo, ich heiße Wang Xin Yi. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Ich würde für Bachelor-Hauptfache bewerben. Ich spiele heute Staus Nummer 1 von Hitchard Staus, der High-Homente Nummer 1 von Schumann und Mozart Nummer 4 von Mozart. Staus Nummer 1 von Schumann Staus Nummer 1 von Schumann Staus Nummer 1 von Schumann Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020